Niederrhein-Pokal Halbfinale am Hünting mit knapp 3.300 Zuschauern. 1. FC Bocholt gegen Rot-Weiß Essen. Neben mir steht der Trainer vom 1. FC Bocholt, Markus John. Wie wichtig ist dieses Spiel für den 1. FC Bocholt und für Sie persönlich auch? Ja, für den Verein natürlich eine gute Einnahmequelle. Für uns auch ein echtes Highlight-Spiel nach dem Spiel gegen Preußen Münster. Und ja, auch wenn es ein Bonusspiel ist für uns, wir wollen weiterkommen. Sie haben gerade schon das Spiel gegen Preußen Münster angesprochen. Vorher ging es gegen Aachen, gegen Gladbach. Da hat die Mannschaft wirklich ein gutes Gesicht gezeigt, sich aber am Ende nicht wirklich belohnt. Was muss heute anders werden, damit es heute mit einem Sieg klappt? In erster Linie das Ergebnis. Ja, ich sag mal, wir haben in der letzten Zeit uns wenig Torchancen rausgespielt und da haben wir das Problem, nur Elfmetertore gemacht zu haben und das muss heute ändern. Das muss sich heute ändern. Wir müssen unbedingt mal aus dem Spiel heraus wieder treffen und da passt auch wieder der Knoten. Sie haben Ihre Startelf fix. Sie haben mir gesagt, Kevin Grund und Marcel Platzeck, die beiden Ex-Essener werden hier heute Abend auf dem Platz stehen. Warum? Ja, weil sie gute Leistungen gezeigt haben. Nicht nur, weil sie verdient bei RWE auch lange gespielt haben, sondern sie zeigen auch bei uns gute Leistungen, sind absolute Leistungsträger. Auch Sascha Völke wird spielen, der von RWE ausgeliehen ist. Also wir bieten hier schon alle auf. Ist klar. Jetzt interessiert mich natürlich, gab es gerade von den beiden, Platzeck und Grund, schon eine Ansage an die Mannschaft, wie unbedingt sie dieses Spiel gewinnen wollen, weil es gegen den Ex-Fein ist und vielleicht auch, wie man RWE knacken kann? Ja, du merkst natürlich schon, dass die beiden super heiß sind und schon runterfahren müssen und auch die Mannschaft versuchen mitzureißen. Ob es klappt, werden wir gleich sehen. Wir müssen ja trotz aller Euphorie oder aller Motivation gleich auch kühlen Kopf bewahren und da wird es auch wichtig sein, dass die beiden auch runterfahren. Aber das traue ich denen zu, die sind erfahren genug. Die Statistik, die spricht ja gegen den 1. FC Bocholt gegen RWE im Pokal 2-4 und 2-6. Es gab zwei Niederlagen, einmal im Halbfinale, einmal im Viertelfinale. Warum oder was bedeutet das überhaupt? Was in der Vorbereitung liegt ja schon sehr, sehr lange zurück. Ja, Statistik kann man auch sagen. Die letzten 15 Jahre haben wir gegen RWE nicht verloren. Wir haben auch nicht dagegen gespielt, aber insofern hoffen wir, dass die Statistik jetzt hält. Sie persönlich verlassen ja im Sommer den Verein. Ist das für Sie auch eine Herzensangelegenheit, hier noch was ganz Großes zu bewegen mit vielleicht dem Einzug ins Pokalfinale? Ja, auf jeden Fall. Man wird sich natürlich auch vernünftig verabschieden und der Klub ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Hier arbeiten sensationell gute Leute, die das mit viel Herzblut machen und alleine, die haben es verdient. Abschließend eine tolle Kulisse hier heute. 3.300 Zuschauer. Ich habe es gerade schon angesprochen. Welchen Faktor spielen die Fans hier heute Abend am Hündchen? Können die vielleicht doch das Quäntchen sein, das am Ende Richtung FC pendelt sozusagen? Das weiß man natürlich leider im Spiel immer erst später. Ja, wir wissen natürlich, dass RWE auch ungeduldige Fans hat. Also wenn es für sie läuft, dann kann es natürlich sehr unangenehm werden mit den Fans im Rücken. Auf der anderen Seite, ja, wenn es mit einem hoppeligen Rasen oder mal Pässe nicht ankommt, was hier heute passieren kann oder lange die Null für uns steht, dann versuchen wir natürlich auch, ja, da die Unruhe zu, ja, versuchen zu nutzen und gucken wir mal, wofür es reicht. Ich habe gehört, die Fans werden auch nicht traurig, wenn es Verlängerungen und Elfmeterschießen gibt. Das schauen wir einfach mal. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg fürs heutige Spiel. Genießen Sie es. Danke. Herr Christoph Dabrowski, heute das Halbfinale im Niederrhein-Pokal hier in Bocholt. Was erwarten Sie für eine Partie? Ja, ich erwarte natürlich ein schwer umkämpftes Pokalspiel, wo der Gegner hoch motiviert ist und, ja, eine Sensation schaffen will. Darauf sind wir vorbereitet und es kommt darauf an, eine Top-Einstellung von Anfang anzubringen. Und ich denke, wenn wir das tun, dann kann sich auch im Laufe des Spiels dann unsere Qualität dann auch durchsetzen. Sie haben wahrscheinlich Gegneranalyse betrieben, der 1. FC Bocholt zuletzt ja auch unglücklich teilweise. Wie schätzen Sie die Spielweise des Regionalligesten ein? Ja gut, die sind natürlich schon auch im Abstiegskampf als Aufsteiger, was nicht außergewöhnlich ist und versuchen natürlich in jedem Spiel ihre Punkte zu holen. Wir haben ein paar Spieler drin, die schon auch gefährlich sind. Darauf sind wir vorbereitet und es kommt aber auf unsere Leistung an. Und wenn die von Anfang an bei 100 Prozent ist, dann wird sich unsere Qualität dann auch durchsetzen. Ihr habt gerade schon Ihre Startelf gesehen. Felix Wienern steht nicht im Tor. Den setzen Sie ja gerne mal in Pokalspielen ein. Hat das vielleicht was mit seinem Geburtsort Bocholt zu tun, dass er heute nicht von Anfang an oder nicht im Tor steht? Nee, ich will jetzt hier heute auch nichts in Zufall überlassen. Deswegen haben wir auch mit Goals unsere nominelle Nummer 1 im Tor. Und einen anderen Grund hat das nicht. Die Statistik spricht ja für RWE 2004 und 2006. Gab es diese Aufeinandertreffen schon? Spielt das für Sie eine Rolle? Nee, in der Vergangenheit spielt im Fußball sowieso keine Rolle. Man bewegt sich im Hier und Jetzt und heute wird entscheidend sein. Das für eine gute Leistung, gute Einstellung auf den Platz bringen. Und dann spielt es keine Rolle, was die Vergangenheit gebracht hat. Zuletzt aus den letzten vier Spielen ein Punkt. Inwiefern spüren Sie da Druck? Ja gut, wir sind auch ein Aufsteiger. Wir wissen ganz genau, wie die Saison läuft, was zu tun ist. Und dazu gehört, dass man auch mal Serien hat, wo man umgeschlagen ist, wo man Spiele gewinnt, aber auch kleine Serien, die man durchbrechen muss wieder. Und ja, wir stehen eigentlich das ganze Jahr permanent unter Strom. Bei uns wird es nie langweilig. Aber wir arbeiten natürlich schon dran, demnächst jetzt auch mal wieder ein Dreier zu setzen. Wir erinnern uns alle an die grandiose Pokalsaison von RWE 2020, 2021. Ist das nochmal, was man den Jungs auch mitgibt und sagt, guckt mal, wie weit man es eigentlich schaffen kann, wenn man eben den Niederrhein-Pokal dann am Ende gewinnt? Was für eine Erfolgsgeschichte da auf Sie warten kann? Ja klar. Also im Pokal gibt es immer Highlights. Vor allem gegen Hochklasse-Gegner, vor allem an der Hafenstraße dann auch. Ja, wo wir wissen, dass die Luft da brennt. Und wir haben jetzt einen langen Pokalweg hinter uns schon. Ja, mit vielen engen Spielen. Letztes Mal im Wuppertal. Ich erwarte heute auch ein enges Spiel. Und ja, die Jungs wollen sich das nicht heben lassen. Ja, auch ins Pokalfinale einzuziehen und dann diese Pokalabende zu genießen. Kevin Grund, ein Rekordspieler bei RWE, steht heute definitiv in der Startelf, ebenso wie Marcel Platzek. Könnten die Ball nehmen, besonders gefährlich werden heute? Das kann ich nicht beurteilen, weil sie sich lange nicht mehr gesehen haben. Aber ja, es freut mich natürlich, dass die Jungs hier auf dem Platz stehen. Die haben eine Geschichte bei RWE und die werden mit Sicherheit auch Spaß haben an dem Spiel und hoch motiviert sein. Aber ich hoffe, dass sie heute mal einen Gang zurücknehmen. Ja, aus alter Verbundenheit zu RWE. Ich weiß nicht, ob die das so machen werden. 3.300 Zuschauer sind heute Abend hier. Welcher Faktor macht doch die Stimmung aus? Ja, das ist ein enges Stadion. Ja, es ist eine heiße Atmosphäre wahrscheinlich, wenn der Schiedsrichter anpfeift. Und darauf sind wir vorbereitet. Und wie gesagt, nochmal, es kommt auf unsere Leistung an. Ja, dass wir eine Top-Einstellung von der ersten Minute auf den Platz bringen. Und das ganz professionell dann auch spielen. Dann ganz viel Spaß bei diesem Pokalabend in Bocholt. Dankeschön. ... ... ... Vielen Dank. 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 Ja, das war natürlich ein Wahnsinns-Pokalabend, das erwartet schwere Spiel. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir die Bedingungen angenommen. Uns war bewusst, dass wir auf einem Platz spielen, der schwer zu bespielbar ist. Wir sind dann auch in Führung gegangen. Allerdings muss man sagen, die Bocholder haben uns in der zweiten Halbzeit vorgemacht, wie man so einen Pokalfight annimmt. Da sind wir in der Verteidigungsmentalität einfach nicht auf dem Platz gewesen. Und dementsprechend haben wir den Gegner aufgebaut. Ich glaube, in der Elfmetersituation kann man einen klaren Elfmeter geben. Und nach hinten raus ein hochverdientes Traumtor der Bocholder, wo sie uns dann in die Verlängerung gebracht haben. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Die Leistung in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, war schon sehr enttäuschend von der Körpersprache, von der Bereitschaft zu verteidigen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das war im Grunde genommen in der Nachspielzeit nicht besser. Dann haben wir uns ins Elfmeterschießen gekämpft und am Ende sind wir der glückliche Sieger. Und klar, morgen müssen wir einen Haken drum machen, weil Samstag ein wichtiges Spiel auf uns wartet. Aber wir sind natürlich sehr froh, ins Pokalfinale eingezogen zu sein. Nochmal Kompliment an die Leistung von Bochold, alles abverlangt, ein super Spiel gemacht. Aber wir haben sehr viel Luft nach oben, darüber müssen wir sprechen. Und müssen es dann in den nächsten Tagen in der Regeneration Richtung Wochenende am Samstag auf dem Platz bekommen. Vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch an RWE zum 1-2 ins Pokalfinale. Ich glaube, wir haben heute alles gegeben, die Zuschauer haben alles gegeben. Und wir können uns hinterher vielleicht keinen Vorwurf machen. Der einzige Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, wenn wir doch dann in der zweiten Halbzeit oder auch in der Verlängerung vielleicht die bessere Mannschaft gewesen sind, müssen wir das vielleicht auch dann innerhalb der regulären Spielzeit oder Verlängerung auch entscheiden. Und weil wir hatten eigentlich zwei, drei gute Chancen noch. Und das Einzige, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir wieder ein frühes Gegentor bekommen. Das müssen wir unbedingt abstellen, damit wir unseren Plan länger durchziehen können. So laufen wir halt hinterher. Und ich glaube, hinterher haben wir nicht nur alles gegeben kämpferisch, sondern wir haben spielerisch auch richtig gute Ballstafetten drin gehabt. Und deswegen ist es halt extrem bitter, dass wir das Spiel verloren haben und somit raus sind aus dem Pokal. Für mich bleibt es dabei, dass es so ein bisschen unverdient ist. Aber im Endeffekt, die Karten lagen komplett bei uns und dann muss es auch zu Ende spielen. Und dann ist es letztendlich auch eine Drittliga-Mannschaft, gegen die du verlieren kannst. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und allen schönen Abend noch. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und allen schönen Abend noch. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und allen schönen Abend noch. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und allen schönen Abend noch.